Einen schönen guten Abend. Ich habe hier einen richtig schönen Vorhang, eine Gardine über Gardine Landhausstil mit Leinenmischgewebe. Ja, Leinenmischgewebe, so steht es beim Händler geschrieben. Ich gucke gerade, ob hier noch irgendwas genaueres dazu steht, aber hier steht auch das Leinenmischgewebe. Es ist 1,60 Meter lang und 1,40 Meter breit und sollte in doppelter Ausführung sein. Ich muss gerade mal gucken. Ja, ist tatsächlich, ist doppelte Ausführung und wirklich, ja, okay, gut, jetzt haben wir es geklärt. Es ist tatsächlich und hat ringsherum, außer oben, oben ist ein Tunnelzug, ein richtig schöner, großer Tunnelzug. Den zeige ich euch mal gleich. Wo ist denn hier der Anfang? Wo ist er? Hier, hier beginnt das. Hier kann man eine Stange einfädeln, durchweg und das oben befestigen an der Stange, an der Gardinenstange. Ja, und ringsherum hat es diese Bommeln, diese Tresse mit dem Bommeln. Ja, über Geschmack lässt sich streiten. So ganz doll finde ich das hier mit dem Bommeln nun auch nicht, aber es ist nun mal dran. Farblich ist es zumindest passend, sieht schon ganz gut aus und ist auch relativ dicht. Man kann zwar ein bisschen meine Hand sehen, aber es ist zumindest so weit geschützt, dass am Tage niemand reingucken kann, aber wir schon so ein kleines bisschen rausgucken können. Ich finde das toll. 1,40 Meter breit, 1,60 Meter lang, jeder einzelne Schal davon und bietet eine Menge Möglichkeiten, das zu raffen, zu binden oder wie auch immer. Oder einfach locker runterhängen lassen, in Falten so ein bisschen gelegt. Man hat eine Menge schöner Möglichkeiten damit, das Fenster zu dekorieren. Ich finde es wunderschön, ich finde es ganz toll. Vor allem diese Farbe, diese Naturfarbe mit den unterschiedlichen Farbgebungen mit dabei. Sehr empfehlenswert. Der Preis 22,99 Euro. Ich habe gerade kürzlich eine etwas kleinere Gardine gesucht für mein Türfenster. Ich habe in der Tür so ein ovales Fenster, da wollte ich ein bisschen zuhängen, weil das zwar ein schönes Ornamentglas ist, aber jeder kann da von draußen reingucken und das ist nicht immer so angenehm. Ja und daher weiß ich, dass die Preise da schon eine ordentliche Spanne haben. Das hier ist noch im niedrigen Bereich, das ist richtig toll. Das war es für den Moment von mir. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend, bleibt schön gesund und danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss.